Jo, Mahlzeit Leute, hier ist King Knochen With äh... King Knochen Good Kiting your dump motherfu- So, hey, ja, hey, hier ist Knochen Wir spielen wieder mit ähm... der Frau Und wir spielen wieder Age of Conan Unchained Nach drei Monaten mal wieder Mit der Frau Oh, vier sind's ja schon Fast. Fast vier Monate Also, ich weiß wer ist die Damit bewegt man den Charakter noch Für den Punktortage Es ist verboten, den Rebellen zu fähren Es ist verboten, mit den Rebellen zu reden Ich frag mich grad, wo du bist, hier sind lauter farbige Punkte auf der Minimap Mhm Die sehen irgendwie grau aus Grau aus Ist das für dich auch grau hier? Grau, äh... Ach so, wenn du weit bist Wer ist das denn? Ach, hier stehst du ja Guck mal, hier steht der Quest zum annehmen Äh... den Questgeber zum annehmen Äh... den Questgeber zum annehmen Nö Doch Nö Du schaust ja ganz schön doll tief in dein Glas Kann ich jetzt anklicken hier Nö, kann ich nicht Ich habe ja auch jede Menge Sorgen zu ertränken Was ist passiert? Ich kann deine Werkzeuge holen, wiedersehen, NeuQuest Scheiße Ah Aha Jo, pfff, keine Ahnung Wir müssen irgendwie mal ein paar Quests machen oder so Welche... hast du diese Questanzeige da an der Seite? Rechts? An der Seite? Ich hab... ja Irgendwas ist da Also ich hab der Quest... Den... den... den Faden verloren Habe ich auch Und das Erwachen Ja Davon... da fehlt mir noch eins, also Druck in der Zeiten hab ich noch Habe ich auch Ja Bei das Erwachen Da hab ich... äh... Arias helfen schon fertig Aber das Boot hab ich noch nicht gefunden Arias unbemerkt verfolgen Hab ich doch Jo, was machen wir jetzt von dem Tüdel? Ja mach das was du hast, weil es ist Schwachsinn Wenn wir uns nach... nach mir jetzt richten Wieso? Weil du aufnimmst Deswegen... mach Das ist so... eigentlich was Ja... nee Ich weiß nicht mehr wie man diese Quest findet Gabs hier nicht so... ach ne das war ein Wildstar Wo es diese Pfeile gibt Aaaaah Was ist das? Die Fadenspule für Erkommel Lach schmeiß mal da hin Jetzt hab ich die... die Markierung nicht mehr Oh, Questziel ein Nudelholz finden Hä? Nudelholz? Questziel ein Hackeball finden Oh, hier steht einer Oh, stimmt Das ist komisch, dass man nicht durch einen laufen kann Ja... hast du auch hier so ne äh Kreuze auf der Minimap? Nee 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 Scheiße Nee Ich hab keine Kreuze Ich weiß nicht wo der ganz andere Tönnit ist hier irgendwie Da ist ein roter Pfeil Irgendwie Aber das ist nicht für Quest, oder? Doch, das sind ja... ach ist das kacke Wer sind das hier? Ach du Ja, da ist kein Namensding drüber Ja Stimmt auch Das ist voll scheiße Ähm Hey du, ich hab keine Ahnung hier Hier ist was, hier Was ist, was ist Quest-Sharing? Äh, wahrscheinlich Quest-Teilen Achso, ja Also Sharing-Teilen Padreik, hier ist irgendwer, irgendwas ist hier Ach, das ist nur ne Quest Flick Franzi, achso, da sind wir Alter, also das ist ja ein System, da geht man überhaupt nicht durch Oder? Mhm Also wenn man ja hier tatsächlich spielt Ich weiß auch nicht was wir hier lang laufen Ich... Ich glaub die Quests sind alle in eine andere Richtung Wofür hätten die denn angezeigt? Quest-Auslöser-Questgeber Gewählte aktive Quest Ist ein X, ein roter X Gewählte inaktive Quest ist ein... Brauner X Und äh, verfolgte aktive Quest ist ein rosa X Verfolgte inaktive Quest ist ein... Ich glaub... X Ey, siehst doch keine Sau durch, echt jetzt Also... Ja, also... Ist dann ein Vergriss an... Okay Ich hab keine Xen hier Komisch Pfff... Wo ist das da oben? Hellesand-Insel Da oben ist ne Insel Da ist ein Dungeon Mhm Ich sag dir mal eins Ja Ich seh hier nicht durch Ich seh hier null durch, echt Das hilft mir überhaupt nichts Die Karte ist für mich Abfall Haha Ganz im Ernst Ich bin zu weit entfernt Ich guck mir jetzt schon... Hier zwei Minuten lang diese scheiß Karte an Sie kann nicht durch Ja, dann lass uns abbrechen Ne, lass abbrechen Jetzt... Jetzt wird mir ein X angezeigt Ja, die erscheinen dann plötzlich mal irgendwann hier irgendwo Funkende blaue Steine sammeln So, was hab ich hier gar nicht So, komm mal zu mir bitte So, komm mal zu mir bitte Jetzt hab ich dich verloren Das weiß ich gar nicht, wo du bist Ich seh dich so als komischen blauen Ziegel oder was das ist Echt? Ja, du bist so relativ in meiner Nähe Ah, da bist du Okay, warte mal hier soll ich sowieso was einsammeln Ich mach das mal eben schnell hier in Nudelholz Ich mach das mal eben schnell hier in Nudelholz So, bist du jetzt Ähm... Eben gerade war auch noch die... Wurde hier noch was anderes angezeigt Da wurde noch diese... diese liederfarbene Kacke angezeigt hier Da ist doch kein Penis mehr durch Muss ich mit dem reden hier? Oder was ist denn das? Guck mal, der verkauft was hier Weißt du, ich hasse sowas Ich will einfach knoppen hier Weißt du? Ja Ich will die Leute in den Ziegel einhauen Jetzt ist schon wieder da so ein Pfeil Ich seh doch diese... warte mal Hallo, reiß ich zusammen Die Fadenspulen finden Wie sollten wir vielleicht irgendwie versuchen diese Fadenspul-Kacke da zu machen? Wie kommt man da hin? Fadenspulen Man kann ja nicht mal dann diese Quest anklicken oder so, ne? Irgendwie nicht so Ich weiß auch nicht, ob das außerhalb wird kommen Wir lassen mal kurz rausgehen hier Was ist das hier eigentlich? Eine Pleite Oh, hier sind böse? Komm, können wir uns mal mixen, wir ein bisschen prübeln hier Boah, so viele hier, Jesus Ey, das waren noch Zeiten, als hier noch Gliedmaßen abflogen Alles klar Ey, ich... Guck mich anzu Ja, kann ich auch, pass mal auf, irgendwo war das hier Wozu auch immer? Was weißt du? So, dann siehst du mehr... Zimera, ja Zimera Okay Scheiße, fies Was ist das wie ne blöde Leiste? Ich versteh... Das leiste nicht Ah, ich glaube jedenfalls hier draußen ist das auch nicht, oder? Kann man da drinnen, oder? Da kann man irgendwie nur hoch Gibt's hier keine Loot, Alter? Wollen wir in das Zelt da gucken, oder? Wollen wir in das Zelt da gucken, oder? Hm Achso Das ist ein Zelt Ja, das ist tatsächlich ein Zelt Was, die haben geschlossene Zelt, in die man nicht reingucken kann, oder? Was ist das denn? Da leben wir echt wie die Lumpenunde hier Mal gucken, da ist doch so ne Festival, da kann man hier irgendwo weiter gucken, oder so Hier gibt's hier liegen Sachen Hier Fadenspule! Wie soll man darauf kommen, dass man die Kacke hier holen muss? Ja, Zufall, ne? Wieso könnte ich das nicht nehmen? Wie machst du das? Mit links... Äh, Linksklick Wieso steht da alles auf Englisch hier? Ja, mir steht's auf Deutsch Hier auf den Kisten liegen auch noch welche Ah, jetzt... Jetzt hab ich eine Müssen wir mehrere... Mehrere...drei am Stück sein Okay Wiii! Zielerei! Hey, wir haben ne Quest abgeschlossen, Digge! Wiiiihihi! Ohhhh... Danke fürs Zuschauen! Ähm... Was war denn da noch? Ich hab schon wieder vergessen Sasan die Fadenspule geben Das ist ja wohl bei uns wieder drin Da in Kabuff Können wir hier runterspringen? Okay Also hier In's Wasser Wuuuuhuuu Guck mal, obwohl man hier im Strom ist Wird man nicht weggespult Äh, spült Spült Guck mal hier, das kann man einsammeln Ihr seht hier nicht von Wert Was hast du eigentlich gesagt? Ich wollte hier diesen Flieder Kann man hier einsammeln Diese Pflanze Aber ich glaub Ich weiß nicht, ob man den einfach so einsammeln kann Aber ich glaub Aber ob man dafür so... Haben hier keine Reiztiere? Nee, aber Sprint hab ich irgendwo hier Sprint Was macht der Damm Ich komme gut voran Kann ich irgendwie helfen? Aber hey, das kannst du tatsächlich Im Keller Der Teppel steht südlich von... Eine Sache wäre da noch Am anderen Ende des Kellers führt eine Treppe In die Kanalisation der Stadt hin Äh, okay Wollen wir die erstmal hier mit dem Wein jetzt, oder was? Äh, wo ist das? Na, aber liegt doch nicht Ich hab noch nichts gelesen Hier liegt ein Schwert Nee, kann ich nicht nehmen Ja Was ist das da? Katakomben von Tortage Das ist Feuerlöschen Das ist in einem Dungeon Was? Wir wissen nicht, wie wir uns hier äh... Bewegen Und... Ne Dungeon Doch, ist hier wirklich Hier vorne ist das Wer ist der Heinz, der hier steht? Der steht hier einfach Katakomben von unten mal rein hier Normal Wollt ihr zu den Katakomben? Normal, ne? Mhm Mhm Puh Das wird lustig Ich glaub auch Guck mal an den Baum nach Weil ich nicht weiß, ob da noch Leute dazukommen Oder ob wir jetzt zu zweiter Gibt's ja auch manchmal Je nachdem, was man spielt, ne? Echt? Ja, das war doch auch in diesem anderen Was wir auch mal gespielt hatten Wehen Dictus Ach stimmt, ja Ui Guck mal, hier stehen die Dinger ja gleich Ach das Wein Den Wein genau Den Wein Der Wein Und das war's schon, jetzt können wir zurück Wunderbar Ich glaub, die Katakomben sind zwar ein Dungeon Aber für uns ist das einfach so ein Questding hier Achso Sieht aber cool aus, ne? Mhm Geh nicht so weit Wieso? Hier ist kein... Hier vielleicht noch nicht Und dann gehst du da hin Was ist schön Und dann kommt hier so ein Endkiller Boss Und dann Zack, zack Hetz, hetz Na komm nochmal wieder zurück hier Ich hab Angst Ich krieg das mit der Tür nicht ein Dann bleib doch da drin So Hier ist der Wein, den du wolltest Geben Hm Das ist genau was ich brauche Reden wir heute über etwas anderes Das müsste für den Rest des Tages reichen Worüber willst du denn reden? Hm Worüber will ich denn reden? Dann geh Äh? Wie? Okay Wollt ihr auch so nett zu dir, ja? Mhm Kleiner Arschficker Ja, ähm Böser Mensch So, wir haben die Spulen, aber wir haben immer noch dieses beknackte Schiff gefunden, ne? Welches Schiff? Da ist doch am Hafen so ein Kack da Ich hab... ich hab das nicht mit dem Schiff Hier gibt's schon wieder eine Quest Seid mir gegrüßt Wo? Braucht ihr mal wieder Hilfe? Wie immer Es ist ein ungeschriebenes Gesetz in Tortage, das die rote Hand verbrechen der Piraten gegen das Volk übersieht Solange Stromsoldaten ein Teil der Beute werden Ne, ich lese das hier grad so Halt nur Ach so Was ist das denn X? Ach da ist das rote X, ist ja, da müssen wir mit dem Faden gehen Du bist nicht gegen das Gesetz, ja? Ja, ja, okay, aber jetzt hab ich diese andere Quest angenommen Ja Kopf ist jetzt brutal in Piraten gesorgt, das ist da oben wieder Hast du die Quest auch angenommen? Ja, die müsste eigentlich lila hier... Ne, guck mal hier oben, da oben irgendwas so Boah, weißt du das? Weil ich auf die Minimap gucke Ich guck ja auch auf die Minimap, aber das wird mir nicht angezeigt Das ist Ende, da steht hier einfach... Guck, da steht hier einfach, als würde er gleich einscheißen Mh Tschüss Brutaler Pirat, hier ist ein brutaler Pirat So, hier hat er was fallen lassen Heute sagt Kopf Alles nehmen Das war die Quest Hast du den Kopf auch? Ja Super, und zurück Juchu Ey, das sind ja Hardcore-Quests So wie sie springt, das ist so Zurückgeblieben Wir machen uns nicht über Leute mit solche, die da auch nicht besser können, äh, lustig ne? Aber Manchmal lacht man ja überwöhnen, Leute. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich lache über Titi. Schießt komisch. Was ist das denn hier? Kann ich dir nicht bei ihm abgeben hier? Fehlt noch was? Ich glaube, da fällt noch was. Gestohlene Fässer besorgt. Ach, vielleicht noch mal. So, komm, sagen wir mal gleich wieder. Die Abkürzung neben mir. Diese Karte ist auch so dämlich zu lesen, echt. Das blöde ist auch, dass ja dann irgendwann diese... Irgendwann verschwinden immer die Pfeile, weißt du, die einen irgendwo da hinbringen sollen. Die wird eigentlich was anderes anwachsen. Oh, der greift mich an. Ich blute. Mach doch mal klar. Ja, hast das ja auch selber gemacht hier. Das ist ja krass aus. Bei ihm sieht das brutal aus. Macht ihr jetzt hier? Oh, ihr habt Bock, ne? Juckt's euch, oder was? Ne? Hallo. Hier ist es jetzt so dämlich, hm? Hier hat er echt lange Wolle. So, wo sind die Fässer? Wo sind die Fässer? Wo sind die Fässer? Das kann ja nicht da schon wieder oben, nicht schon wieder da oben sein. Könnte eventuell sein. Ach, da ist ein Fass. Yes, yes, I have seen it. Hey, geh mal aus dem Weg hier. Hey. So, ich hab ein Fass. Zwei. Oh, da sind schon die Nästen. Du meinst. Wie du da steht, jetzt wolltest du grad A-Arm entstehen. So, hast du auch alle Fässer? Ja, ja, gleich. Jo. Ne, aber lass mal mit abgeben, wenn ich schiet hier. Ab ins Wasser. Guck mal, es ist eine Strömung, die einen nicht mitzieht, ne? So, weiß ich auch. Ja, okay. Ach, das bist du. Hm. Ich weiß nicht, ob man das noch einstellen kann, dass hier man auch sieht, äh, wem die Mütze gehört, die man trägt hier, ne? Hm. Ach, guck mal, jetzt kommen die auch abgeben hier. Ein neuer Tag auf Tortage. Perfekt. Gib her, dann pflanze ich. So stirbt jeder, der sich mit Lange anregt. Questbelohnung. Ah, cool. Guck mal, da gibt's, äh, also, äh, so eine Armbrust, oder? Ach, alles. Dann gibt's doch alles. Okay. Ich hab eine Armbrust bekommen. Ja, und wie legt man das an? Und wo ist sie? In dem Inventar, schätze ich mal. Wo ist das Inventar? Ja, bin ich. Jesus, Kaiser. Meistens ist es auf B, so wie, oder, B oder I. Nee, B ist Fertigkeiten. I ist Inventar. Hm. Achso. Du kannst ja auch noch irgendwie in so eine Schnellzielleiste, kannst du dir auch noch was reinpacken. Dann kannst du irgendwie immer wechseln, hab ich vorhin gelesen. Also, willst du die Armbrust jetzt benutzen, oder was? Ja, ich glaub, beides. Wie das denn? Ja, rechts hab ich das Schwert. Das Primärwaffe. Und, wie ich diese Armbrust. Äh, ist das ein Zweihandschwert, oder was? Äh. Nein, das ist Seibel. Ich hab nur zweihändige Klinge. Ja, meine Achse ist zum Beispiel zweihändig. Wenn du auf die Waffe gehst. Ja, bin ich. Einhändig. Ja, siehste. Ach, ich hab auch ein Dolch, das ist besser. Dolch ist besser. Ähm. Oder? Scheiße. Hm, was war noch? Nein, dich nicht. So. Ja, wollen wir Quark mal abgeben hier jetzt, oder? Gut. Jo, komm. Da hat's noch ne Quest. Was? Kann doch nicht sein. Doch. Ist doch grau. Mir wird das Kalt angezeigt. Für mich ist das grau. Hast du, hast du das Ding, vielleicht weil ich das Ding eingelegt hab? Das kann sein. Willkommen in 2000. Soll ich das auch anlegen, oder was? Ja. Ja. Das. Will ich aber nicht. Ach das. Vielleicht deswegen. Willkommen in Totage. Behaltet die eine Hand stets am Messer und die andere an eurem Beutel. So, ich hab den Quatsch jetzt irgendwie genommen hier, aber... Ja, ich glaub, das hat damit nichts zu tun. Wie war denn jetzt dieses... Garten der verfluchten Geheimnisse? Guck mal, jetzt hab ich auch mal Waffe gewechselt. Ja. Ich weiß nicht, dass ich schon wieder gelb scheiß draufkomme. Okay, lass abgeben wir hier. Ähm... Ach, hier ist noch was Rotes, genau. Wir müssen mit irgendeinem ja noch reden. Abgeben. Ist das dann die Fassadenspule geben? Ja. Ey, das ist doch komisch, dass hier diese... Dass man nicht... Ich kann dich nicht umrahmen, ne? Oder mir auch nichts. Ich habe ja deine Materie. Oh, Rose hab ich bekommen. Gerätten, Rose. Also geben... Eine Weile arbeiten. Vielen Dank. Oh, hey. Das Bedürfnis. Über einem piktischen Feuerbraten. Oh, woher vertreten Sie? Das ist das Götter sein mit dir. Nicht ziemlich jetzt die Hose. Hm, versuchter Lumpen, ey. Okay, hab ich auch mal. Oh, ja, immerhin. Sieht besser aus, als Sieg auch vor. Jetzt hat der neben hier auch eine Quest. Alter, du blockierst mich hier. Kann ich euch helfen? Oh, ui, 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 ui. Ich möchte mir nicht umgehen. Ich habe Hunger. Großen Hunger. Boah, sehr fett. Warum es denn hier am Feld? Oh, was für eine geniale Idee. Ich finde noch nichts zu essen. Blöd, was? Ich nehme nichts zu essen. Früher habe ich von den Früchten des Meeres gelebt. Aber jetzt, wo die rote Hand den alten Leuchtturm im Hafen übernommen hat, traue ich mich nicht mehr, dort zu angeln. Wenn die rote Hand einen auf dem Kieker hat, wird man bestenfalls in der Gosse verbrüht. Machen wir... Ja, Digga. Hast du Skekkis Fisch jetzt auch, ne? Ja. Hast du das angenommen hier von dem? Schon, ne? Hm. Ähm. Hier ist noch ein Quest hier. Mit dem wir rote Hand-Typen hier auch noch reden, oder was? Ich weiß noch nicht, wer das sein soll. Rote Hand? Guck mal, hier kann ich auch noch eine Quest abgeben. Weg mit dir, Bauer! Ich hörte, du besitzt das beste Bier in der Stadt. Na, stimmt. Aber was führt dich hierher? Schickt dich diese sture Weib vom durstigen Köter, um für sie zu betteln? Meine Kehle ist trocken und darauf beschränkt sich auch mein Interesse. Äh, mein Interesse. Wie es auch sei. Du bekommst es erst, wenn du mir etwas gibst, mit dem ich etwas anfangen kann. Aber komme jetzt nicht mehr ins Verwirrten. Diese piktischen Wilden auf der Hellsand-Insel tragen glänzende blaue Steine ausfälle. Ja, klar. Wiedersehen. Welche Steine besorgen muss ich jetzt? Äh, wir sind ja auch Händler, ne? Mhm. Hier ist ein Kaufmann. Was hat der denn so am Start hier? Goldzähne. Ey, das sieht aus wie das Zeug, das ich vor drei Monaten hier verkauft habe. Ja, ohne Quatsch jetzt. Ach, weil ich es eingelagert habe. Du kannst einlagern hier bei dem. Ach so. Pff, war schon gewundert hier. Habe ich irgendwas zum Einlagern? Kannst du dich überhaupt daran erinnern, ich verstehe es nicht? Tja. Ach so, den selben ist ja meiner. Ne. Was ist das denn hier? Wilderer Haken. Händlerpreis 13. Ich glaube, so einen Scheiß brauchen wir gar nicht aufheben hier. Ich lager hier erstmal gar nichts ein. Das Schatz, der ist Affenkönig, ne? Das lager ich erstmal ein. So. Irgendwo sollten wir doch mit diesem... Wo ist dieser rote Hand Typ hier? Macht mich wahnsinnig. Rote Hand statt, war er hier? Ne, der ist es auch nicht. Was machst du da? Hm, Entschuldigung. Hier ist ne Quest. Laranga, da ist auch noch ne Quest. Wo sind hier? Ja. Donuts. Ja, was gibt es? Sehr knochiger Typ, du. Ich will sie besser. Ich will leben und reich sein. Ist das zu viel verlangt? Früher besaß ich ein blühendes Geschäft. Meine Villa war voller Gold und Reichtümer aus aller Welt. Jetzt ist nichts mehr, wie es war. Dazu bist du am Leben. Natürlich, aber nur als elender Bettler. Aber ich habe einen Plan. Sobald Strom die Rebellen... Durch diese Anschuldigung entledigt man sich in Tortage seiner Feinde. Strom geht kein Ries. Ich kümmere mich drum. Geht zum Hafen und gelingt es in eine Galle. So. Noch was? Also, ich sehe hier noch eine. Na dann. Sansha. Schade, dass man nicht einfach... Marker hinzufügen. Achso. Man kann Wegpunkt setzen, weil es sehr witzig ist. Sansha, hier. Hallo. Alter, was ist sie für eine? Ich bin erstmal beschäftigt. Tschö. Ach, das ist jetzt sowas wie die Puffmutter oder so, ne? Geh mal rein. Meine Mädchen beeindrucken. Ja, womit? Mach mal tanzen. Wie können sie jederzeit wiederkommen? Okay, ähm... Die sollen... Was hat sie gesagt? In der Gasse hinter ihr. Sollen die rumlungern. Also hier. Da, guck. Da sind die kleinen Motherfucker. Die zwiebeln wir es mal richtig. Achso, mein Gott. Ich habe ja einen Bogen. Das ist aber schon ein bisschen ungewöhnlich. Oder? Ich meine, es ist schon ungewöhnlich. Ich gehe im Nachkampf und wundere mich, warum steckt der nicht zu? Aha. Das waren alle jetzt, oder was? Eins brauchen wir noch, ne? Was denn noch? Achso, ein Piratengeldbeutel, ja. Ja, du. Achso, hier. Respawn. Ja. Ja, glaub mir, ob ich freunds hier auch nicht. Alter, hau ab hier. Was machst du das? Jump around. Jump around. Oh, ja. Jetzt ist der Sack weg. Wieder irgendwer das geklaut hat hier. Nee, hier ist noch einer. Jetzt ist er. Oh, oh. Achso, ich hatte Questgegenstände aus der Wiki. Oh, ich spreng dich, komm nicht klar. Gups nicht klar, ja. Sie sind zu blöd, oh. Sucht ihr etwas? Ich danke euch. Wunderbar. Gassenkracher. Ich verlau mich jetzt davon mit den Mädchen. Zwei-Händys-Stumpf. Hm. Gassen-Schläger. Gassenkracher. Doch, ich... Prima-Waffe. Ein Handy-Stumpf. Ich nehm mir den Gassenkracher mit hier. Gassen-Schläger. Weil der Kracher ist eine Zweihandwaffe. Bis bald. Hm, ich weiß. Gassen-Stecher. Ich nehm den Stecher. Wo ist der? Wo ist der Inventor? Spitzbobendolz. Gassenkracher. Konstitution? Plus zwei Konstitution. Mh. Was heißt das? Ne, Ausdauersatzung, ne? So. Geschicklichkeit plus eins. Dreckige Piraten töten. Da ist ja auch noch was. Hellsand-Insel. Wollen wir erstmal die Fische holen hier für den Vogel? Oder? Oder? Ja, komm. Hier sieht er aus, als hätte ich so ne Kacki-Hose an so. Hier ist auch noch ne Quest. Irgendwo, glaub ich, oben. Wo ist denn da? Hier. Ach hier, mein Gott, das zieht ja auch teilweise keine Sau so. Was gibt es? Ihr habt ein scharfes Auge. Ja, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, euch um eine Gefälligkeit zu bitten. Es ist eine einfache Aufgabe, aber es bürgt sie gewisse Gefahren. Seid ihr interessiert? Eine Freude von mir benötigt einige spezielle Zutaten für einen Tag. Das Gift von Schlangen und Skorpionen. Ich brauche gar nichts, seid stark für jene, die euch lieben. Ja. Weißt du wohin? Nö. Also hier schonmal nicht. Technisch drückt da. Guck mir, voll so ein Klei- Achso, das sind Adelige. Und stehen im Peek. Wir müssen erstmal zum Hafen hier jetzt. What the- Äh, was ist das? Quest-Ziel Leuchtturm, das ist auch irgendwo hier lang. Denk ich mal. Hm. Da ist so eine Art Turm. Ich weiß auch noch, ob das ein Leuchtturm ist da. Schade, dass man diese Buden hier nicht rein kann, ne? Hm. Ist der böse? Der ist böse! Ja. Der ist Stufe 10! Du bist so ein Übertreiber. Voll zerachstet den Typen. Ich weiß nicht genau. Jetzt reiß ich mal wieder. So. Stimmt, das eine ist hier. Ja, du musst die irgendwie pullen. Und das ist das, was ich weiß, was ist das komplette. Ich bin ausgerechnet, dass das修ass. Vielen Dank.